In Basel trifft Daniel Buhmann auf einen Italiener, der mit niedrigen Preisen sein Restaurant füllen will. Das, was du hier machst, ist ein fertiger Schwachsinn. So kannst du doch nicht rechnen. Doch davon will der Wirt nichts wissen. Es wird gleich der Preis bleiben. Wenn du scheiternst, mach mich ja nicht dafür verantworten. Und Daniel Buhmann stösst an seine Grenzen. Dronner Hurescheiss! Buhmann, der Restauranttester. Montag, 20.15 Uhr auf 3plus.